Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu HiOnLive, eine neue Aufnahmesession für mich. Und wir haben ja hier oben aufgehört. Mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich werde mal eine längere, durchgehende Session machen, also nicht wundern. Ähm, scheint, wir sind hier nicht ganz so richtig. Müssen wir da rauf? Ah, wir müssen das hier nochmal neu machen. Ah, okay. Aber am ersten Mal schon gut funktioniert. Ich werde auch am zweiten Mal klappen. Alter, die halten so viel aus. Alter, komm jetzt. Scherbt es mal. Oh, wie sind das? Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh, okay. Schrotflinte. Oh, oh. Okay, waren das jetzt alle? Holy shit. Okay, bitte einmal Schilder aufladen. Es ist eklig, weißt du das? Aber okay. So, hier waren wir eigentlich. Okay, hier sieht es normal aus. No. Wie wär's? Was? Ey, hast du... Wow. Wie wär's, wenn du mal einen neuen Job suchst? Oder vielleicht unsere Sekretärin wirst? Oder so. Muss ich mich jetzt echt hinsetzen? Okay. Ja, wenn ich denn welche hätte. Was? Ich hab bei den irgendwo einen Brust, also er hätte nicht so... Ja. Sorry, but I gotta know, how much longer will we be waiting? I gotta prepare mentally. Any minute now. We appreciate your patience, thoughts, and prayers. Hey, Kenny, you wanna skip the boss fight and just give ourselves up to Nipulon? Let him kill your friends for old time's sake? Great, just what I needed. Some more time to sit and feel like shit. You do understand why we're mad at you, right? Yeah, no shit, and I'm sorry. You don't think I'm sorry? Guys, not in front of Helen. Oh, don't mind me. I love overhearing stuff. I call it the Eerie Canal. Ja, okay, alles klar. I don't know what I need to do to prove myself to everyone, but I'm sorry for my part in how things played out. I suffered too. I'm still suffering. Oh, save the waterworks. Let's just stop the G3 and they will never have to see each other again. Yeah, no holidays, no celebrations, no birthdays, no anniversarys, nothing. That's not what we want. It's what I want. Du hörst da doch zu. Ähm, wann geht's jetzt hier mal weiter? Okay. Kann ich das mitnehmen? Nee. Okay, Nipulon will see you now. Wie hast du das jetzt angenommen? Du hast nicht mal ein Telefon. Ja, dann. Ciao, I guess. Oh, da ist er ja. Hier drin jetzt ein Bossfight. Wirklich? Wirklich? Okay, komm. Fertig, boys. Macht den fertig. Boah, das wird bestimmt nicht alles sein. Scheiße, wie kriege ich das Fell jetzt hier weg? No. Oh, shit. Ähm, what the fuck? Oh, no. Ich bin high. Ich weiß ja nicht. Was hast du zu sagen? Okay, das ist nur ein Schwachsinn. Hallo. Du, ich hab mich schon gewundert, wie du aussiehst, ohne den ganzen Zeugsraum. Okay. Hau dir. Was? Was? Nein, werde ich nicht. Ich wäre stolz darauf, so zu werden wie du. Dass ich bin verloren. Nein, werde ich nicht. Ja. Wow, 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 wow. Egal, wo ich hingehe und dann wird es hier größer. Wow, kann ich jetzt bitte aufhören? Holy shit. Na ja, klein. Ich hab Alex noch gar nicht zugehört, was er gesagt hat. Ah, dass du... Was? Okay, das hört sich beschissen an. Ja, wenn mir jemandem helfen kann. Die Füße, du... Ich muss eigentlich gar nicht mehr zuhören. Ich bleib lieber stehen. Ja. Ja, und ich? Was zum... Ich weiß nicht, ob ich das will. Will ich hier rein? Und tschüss. Hallo? Somehow? Nein, bestimmt nicht. Kann ich mal feuern. Ah, jetzt. Oh, was zum... Oh, was zum... André, parfait. No! Ich bleib nicht erst... Wo ist er hin? Holy shit. Holy shit, wo ist der echte? Also, entschuldige mich schon mal. Holy shit. Wieso nicht wissen, wer der echte ist? Ja, ja, hier. Komm her. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Du Arsch. Okay, die Waffe macht den wenigstens. Wo ist er? Was? Wo sind wir denn jetzt, jetzt? Was zum... Muss ich das wirklich? Oh man, das ist wieder so ne... Trippy Sequenz. Ja, es bringt voll nix, wenn ich hier rumlaufe. Also, was sollst du sagen? Ja? Eigentlich nett, aber irgendeiner muss was machen. Ich geh darum, die Menschen zu retten. Ich tue nur, was mir gesagt wird. Es geht dabei um mich. Ja, das hier. Ja, der gut funktioniert, oder? Ja, eben. Endlich hast du es verstanden. Danke. Und jetzt? Echt jetzt? So, und... Wo ist jetzt das komische Loch? Ach, da. Aber haben sie echt cool gemacht mit dem Effekt. Und tschüss. So, schaut Flinte. Bitte jetzt nicht wieder diesen komischen Tunnel. Wow. Es ist tatsächlich jetzt nativ jetzt hochgegangen. Geil. Was zum... Da ist er. Komm, stirb jetzt nicht. Du Arsch. Ich geh raus aus diesem fucking Trip hier. Oh, komm. Noch eins. Wirklich. Ich glaube, hier sind mehrere. Oh no. Was haben wir hier hinten? Ah, unsere Startwaffe. Okay, ich denke mal... Ich rede mal mit ihm hier. Moin. Ach, nee. Ich muss sie aufsammeln. Ich bin wirklich so happy to see you again. You have no idea. I was for real freaking out. Oh my God, you found me. I was freaking out. I was worried. I was worried I lost you. There's my buddy. There we are. I was on the fence for a minute there. But deep down, I knew you wouldn't leave me behind. Können unsere Waffen eigentlich auch high werden? Oder sind sie sogar? Ah, okay. Ich geh wieder hier rein. Oh, ich will niemals so einen Trip in echt haben. Oh man. Kinder bleibt weg von Drogen. Oh, great. Another blank void. How the hell did we get out of this? I... Kenny, Kenny, Kenny. What is it now? I... I don't know. Oh, Kenny. I'm sorry, alright? I'm sorry I let everyone down. I was selfish and stupid. And I beat myself up for it every single day. And I'm so glad I found all of you. Because you've given me reason to live again. Oh, Kenny. Well, don't get all mushy about it. I just... I just want to make things right. You can't. We all can. Well, to be honest, I'd given up on everything before you guys came along. Before I found all of you. But now we're a team. And we're unstoppable. God damn it. He's right. You... You mean... You mean it? Yeah, dumbass. We've all made mistakes. I mean, not Kenny-level planet-wide genocide mistakes, but... We've all made mistakes. And there is no way we're letting your big... Big fucking mistake Keep us from taking down the G3. So let's kick some fucking ass together. Yeah, that sounds good. Everything they just said sounded really good and smart. I love you all so much. You're the first real family I've ever had. Except for my little kids I spawned at. Shoot at bad guys. And the family I probably had before the G3 fucked with my brain and ruined all my memories. Let's do this, Bounty Hunter. As a family. Thanks everyone. Let's fucking do this. Alright, that's it. I'm gonna erase all your game data now. Was? Bist doch wahnsinnig. You'll have to start all over. Here we go. You ready? Oh, we. Alter, komm her. Ich will nicht aufschließen. Nein. Wo ist meine Waffe? Oh, was zum... Echt jetzt? Boah, wie... Boah, holy shit. Boah, wie geil ist das denn? Okay. Boah, wie geil ist das denn? Ich glaube, wir sind zurück. Das war ein viel. Ist, 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 ist jeder okay? Es sieht, wie wir ihn wirklich töten, zumindest. Er ist, er ist tot. Ich bin tot, Jenny. Ich fühle mich schlecht. Und, ich bin sorry. Ja, ja, mir auch. Ich liebe dich, Leute. Sag mal, kommt mir das jetzt nur so vor? Oder sind wir jetzt irgendwie kleiner geworden? Aber das war jetzt ein richtig geiler Busfight. Okay. Okay, die Erde-Koordinate sollte hier irgendwo in den Ort. Das wird doch nicht so einfach sein, oder? Echt jetzt? Das war's? Okay. Wir müssen noch DNA hier holen. All right, I'm good. Let's, let's cut the nipple off. Let's do it. Gut. Und jetzt noch die Kiste hier. Oh, shit. Was haben wir hier hinten? I don't know. Ich hoffe, wenn wir das Portal im nächsten Zimmer funktionieren. Weil sonst wird's ein weiter Weg. Ciao. Können wir wieder rausgehen? Könnten wir. Okay, wir gehen lieber nach Hause. Was ist das? Ja, wir liefern das mal ganz kurz ab. Sonst beschwert er sich hier wieder. Zweifeln. Wow, be-be-be-be careful with him! Real smooth, Gene. That's supposed to happen. I know, I meant that sincerely. I just don't know actually how to... Von der anderen Seite ein bisschen mehr. Gene almost killed your Supergun all over again. Don't listen to her. I'm about to do some real Frankenstein shit here. Oh, God. I don't know if I'm gonna be able to look him in the eye. That's fine. I think we accidentally severed his Optic-Nerves earlier. What are you staring at, Dork? Ah, es ist so schön zu sehen, dass ihr euch gut versteht. Ich muss wirklich furze... Okay, ja, das machen wir. Oh, for fuck's sake. You know, I thought you were actually gonna say something nice. Yeah, or maybe thank you for watching all these Gootube-Tutorials on Gatley and Surgery while you were out cutting off a guy's nipples. Fine, thank you. All right, almost got it. Stay back, everyone. Here we go. Is he? Wait for it. Um... Let's do it. Les, is that... Is that you? Let's do it. Oh. I might have fucked up his speech sentence too. Let's do it. Let's do it. Talk to me. Let's do it. So what? All he can say is his name? This is sad. Listen, everything looks like it was perfect. He can shoot, he can think, he can shit, he just can't talk right. But he's all in there, right? Like, he knows who I am? Let's do it. Les, I can't... Let's do it. I'm so sorry, I... Let's do it. I can't believe I didn't have to tell everybody what I did. Kenny, are you kidding me right now? Fuck off, Kenny. Fuck off. What? What? I am happy to see my friend, okay? Fuck. See, I'm not the worst scumbag here. Wow. This is really it, huh? Let's do it. You got the Earth coordinates, right? It's time for your final mission. Nee, bitte lass das nicht die letzte Mission sein. Ähm. Ich will nur mal zuerst mit dir reden. Hey, I know this has been hard. I'm, I'm really glad we have each other. But if you die, I'm gonna have to tell everyone about all that hentai I found on your computer. So don't die, because I, I don't want to have to tell everyone about all your hentai. Nobody's gonna give a shit. Everyone in space loves hentai. It's great. Ja. Okay, was hast du zu sagen? Looks like we made a pretty good team. It's been quite the journey. This might be the end of the line, so make sure you finish up everything you wanted to do before we head back to Earth. You, uh, ready to go? Okay, ich glaub, das ist wirklich die final mission. Ähm, ja, ich bin bereit. Äh, wie nehm ich dich? Hallo? Okay, wie creepy wird das? Let's do it, we got this. Let's do it. Let's warp this house back to Earth. Let's do it. Okay, dude, we get it. Let's do it. Ist bei dir. Okay. Sind wir jetzt wieder da, wo wir gestartet sind? War's das? Ich steh vor dir. Mein Gott. Benny. What is it? A remote atomizer bomb. Intel says Garmentuos has thick skin like armor, but if you can get this inside him somehow, then trigger it remotely? Well, let's just say his guts should still be easy to fuck up. This'll blow him up for good. You really think we're gonna need that? I don't know. Just don't want you to die. You happy now? Happy that you forced me to admit I give a shit? Just take it. This thing was hard as hell to find. Thanks, Gene. You know, we care about you too. Okay, cool. Fuck off. Okay. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Hast du noch was zu sagen? Good luck. You got this. Dankeschön. Ähm. Gibt's noch irgendetwas, was wir hier sehen sollten? Wow, das Geräusch von ihm, das nervt ein bisschen. So ein Motorrad. Ja, I guess. Hey, stop trying to melt this. Was, Nintendo? Wow. Game, bro. Na gut. Fun fact. Ich hätte echt gedacht, dass... Ja, das macht ihr gerade. Ähm. Gut. Ja, Leute. An der Stelle muss ich mal einen ganz kurzen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Wow, kenne ich das, wenn man so eine richtige Niesattacke hat. Wow. Ich hatte das jetzt gerade. Ich habe jeweils sechs, sieben Mal ineinander niesen müssen. Und das ist so weit, dass ich sogar dezent weinen musste. Ah, echt schlimm. Okay, machen wir weiter. Äh. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Mein Gott. Oh, what the fuck. Ziemlich abgefuckt hier. Äh. Wow. Holy shit. Let's do it, I remember. God damn, he's a real powerhouse. Good thing we got on this fella. Oh, fuck so strong. I'm glad he's on our side. Wow, let's do it. You're so powerful. Wie geil. Is everyone else seeing this? You guys gotta see this. Ähm. Bleib in Bewegung. Also hier weiter. Let's do it. Kann ich ja nicht durch. Äh. Ja. Aber wie komme ich denn da hin? Hier oben drüber, oder wie? Ja, da hat es eine unsichtbare Wand. Wie soll ich... Hä? Oh. Ich kann das kaputt machen. Holy shit. Ja, du bist bei der neuen Lieblingswaffe. Fuck you, bounty hunter. Let's do it. Ah, das ist der Scheiße. Wo? Ah, wir gehen mal nach oben. Oh, du bist. Haben wir hier wieder... Nee. Kein Kristall. Wo sind sie denn? Oh. 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 Let's go through the tube. Okay, ich werde nochmal kurz nachsehen, ob nicht doch irgendwer... Was da... Äh, Mikrofon. Geh mal weiter nach unten. So. Besser. Ja. Du hast schon jetzt hinten hier einen Schaden, ne? Und wer einfach keine Emet-Zonen dabei hat. Naja, gut. Da, ja, aber du... Das ist ein Spiel, das kann nicht einfach sein. Ich hab jetzt mal ein? Ok, natürlich, warum nicht? Oh, sie sind wirklich alles auf uns, oder? Ich hoffe, das ist das letzte. Du bist einfach clean, und rein locken. Garmentuas von hier aus. Ok, wir sind noch ein bisschen近. Komm, schieß, 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 schieß. Schieß. Alter. Alter, du nervst gerade. Ich habe überhaupt nicht so gehört, was du gerade sagst. Ja, Moment. Süd-U-S-Finale. Okay. Oliver, jetzt kommt wirklich alles. Holy shit. Okay, deine Reloadser ist also entsprechend lang. Oh, hier, Dinger. Gibt es hier irgendwelche Goodies, die ich noch abholen kann? Oh ja, Kristall. War's das? Möchtest du sterben? Okay. Ja. Gleich. Komm, schieß jetzt. Warte, sorry. Kann ich jetzt den Seil von da hinten? Nein, kann ich nicht. So, jetzt kann ich aber den Kristall holen. Okay, is that it? Ja, kommt natürlich nicht rauf. Das war ja klar. Ja, Moment. Ich will es holen. Oh, da gibt es zumindest nach dem Spiel sicherlich noch einiges zu entdecken. Was zum Ablachen ist. Ich ignoriere halt voll diese ganzen Nachrichten, was da so ganz weit reinkommen. So, du kommst auch mit. Ist doch ein bisschen, ne? Okay, how's everyone feeling? We're almost there. There's no time for feelings. Let's just focus on killing Gamatruas. Yeah, not the time for chit-chat, Kenny. Oh, come on. You're not still mad at you? Look, it's complicated. I'm kind of mad still, yeah? Yes, it's complicated. I love you, Kenny. It's complicated. Like I said at the first time, it's complicated. Got to spring. Ähm, warum? Jetzt doch wieder da lang. Was? Ähm, wir kommen da durch? Big time. He fucks shit up. We're unstoppable. Yeah, I guess. Ah, okay. Und runter. Alles klar. We can. We can do this. I hope so. I just don't... I don't wanna let everybody down again. Ah, und einmal durchschießen hier. Ah, und sorry, dass jetzt gerade mein Handy genervt hat. Wollen wir mal ganz kurz auf... Bitte nicht stören, Einstein. Super. Hab ich gemacht. Äh. Bei dir kommen wir nicht durch. Wo? Ah, da oben. Komm, geh da rein. Dankeschön. Und auch du. Ja, ab und zu, ne? Oh, das sieht nach Big Arena aus. Na gut. Wir werden einmal da. Worm sind da tote Aliens? Da ist er hier. Jetzt bist du dran. Holy shit! Was soll ich gegen dich machen? Holy shit! Holy shit! Was soll? Holy shit! Holy shit! Das wär's doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Echt jetzt? Okay, keep, a little deeper. There we go. Okay, yeah, shove that bomb all the way up his asshole. Into his intent, or whatever's up there. Okay, that should be good. Now pull out and let's blow this fucker up. It's time for the G3 to become the G0. Suck my ass. Das war jetzt wirklich sein Arsch. Was zum... Okay, what's wrong? Is it broken? Goddammit, Gene, the remote's busted? Oh shit! No, seriously? Oh, hello. You're fucking done. Now it's time to make you really suffer. Let's make a deal. If you give up and turn yourself over to me, then I won't harm the two people you love most in this world. Fuck, he's got your parents. Behold! Hey, it's me, Jack Black. Hi, I'm Susan Sarandon. Is it really... Is it also... Is it actually just as with Jack Black? No. I don't think the bounty hunter even knows these people. Yeah, we don't. But it's so nice to meet you. So what? You don't love these two? Because every human eye is, that we love them. Oh yeah, everyone loves us. I'm sorry, bounty hunter. I'm sure your parents are still out there somewhere, you know? They're alive. I can feel it. Okay, bounty hunter. No, Jack Black! Well, let's finish this. Okay. Und nochmal weiter. Okay, jetzt kommen die Sachen von die anderen Gegner. Jeez! I'm sick of fucking trying with you. You're the loser. You're going to stop me. Fuck it. Whoa, holy shit. The power your people give me. This is the natural order. Oh, holy shit. I don't know how to fucking love it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What now? What now? The bomb didn't work. Yeah, what's the plan here? Just keep shooting and hope for a miracle? I have an idea. Oh, fantastic! Was denn? The bomb might still be functional. I know a way to detonate it. I knew you'd figure it out, Kenny. I'll go inside of his asshole. Echt jetzt? And I'll detonate it manually. Oh, that's not good. Kenny, that would mean... Yeah, I know. Kenny, we're not letting you do that, okay? There's gotta be another way. Can you think of anything? Actually, no, I can't. I guess this is really the way. You're gonna blow both yourselves up? Kenny, you might die. I know. Hey, bounty hunter. Fighting alongside you has been... Well, it's been the best thing that's ever happened to me. Thank you for giving me the adventure of a lifetime. Now shove me deep inside that monster slug's dirty asshole. Kenny. I wanna do this. I need to do this. Okay? Okay. Sollten wir jetzt vielleicht weggehen? Holy shit. Good work, bounty hunter. What about... There's no way they could have survived that. What a noble sacrifice. Beyond yet? I can't believe it. No fucking way. No. Oh my God, they survived. They made it. Let's do it. I'm... Really? His garmantuan is dead. We owe you big time. The whole universe owes you. Now you're a fucking hero. I'm so glad you made it. We did it. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Und dass es schwieriger ist. Oh, schade. Ja, vor allem gerade mit diesen ganzen Portalsachen. Wo man ja Sachen einfach mal so reinziehen konnte. Da hätte ich noch ein bisschen gern mehr erwartet. Weil auch die Story da mit der einen Straße, die war ja schon witzig. Da hätte ich wirklich gern mehr gesehen. Ansonsten der Humor. Ja, ganz typisch. Ricky Morty. Die Story. Ja, ist okay. Aber ich habe gesagt, da hätten wir noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Das war jetzt nicht wirklich viel zum Spielen. Leider Gottes. Ah, Mom und Dad. Okay. Jetzt hat es gar nicht wirklich hingeschaut. Schön, schön. Was kommt jetzt hier als nächstes? Okay. Mal schauen, ob es jetzt hier noch irgendwie Freeplay geben würde. Einers Interesse. Oh, das schaut nicht so aus. Was ist das, wenn ich sage, Spiel fortsetzen? Kriege ich da eine Freeplay oder? Na, das tut mir nicht. Ja, aber das geht. Warte mal, war es das jetzt wirklich? Haben wir jetzt kein Kopfgeld mehr und alles? Ne, das war's. Da kann ich jetzt hin und her reisen. Also, wo bin ich denn jetzt, wenn ich jetzt rausgehe? Oh, wir sind jetzt hier. Okay, I guess, wir könnten jetzt wieder in die einzelnen Welten rumreisen. Ich meine, er hat ja gesagt, er würde ja wegteleportieren. Und da noch unerlediges Zeugs machen. Collectibles einholen. Ich glaube, ich gehe mal ins Zimmer, damit wir hier mal kurz eine Ruhe haben. Ja, schade. Also, ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Gameplay gewünscht. Aber zufrieden. War nett. Das Ganze habe ich über den Xbox Game Pass gespielt. Ich glaube, mit dem Vollpreis wird es irgendwas um die 60 Euro kosten. Finde ich ein bisschen viel. Also, ich glaube, so 30, 35 würden es dann auch tun. Aber wenn ihr den Game Pass habt, ja, warum nicht? Gebt euch mal das Spiel, wenn ihr das selbst spielen wollt. Ich glaube, vor allem, ich wäre echt viel Spaß gehabt. Und ja, war nicht frustrierend. Nicht einmal. Damit soll ich jetzt mal schauen. Und mal schauen, was wir als nächstes spielen. Hier auf dem Kanal. Tschödle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschödle!